Hallo meine Lieben! Für diejenigen, die mich noch nicht vor der Kamera gesehen haben, ja, so sehe ich aus. Ich weiß, es ist seltener geworden, dass ich mich vor die Kamera setze, aber es geht ja auch um Nägel auf meinem Kanal. Und in meinen nächsten Videos soll es natürlich auch wieder darum gehen. In diesem Video möchte ich allerdings ein paar Fragen an euch stellen. Ich habe mir nämlich überlegt, in der kommenden Woche, ab Montag zum Beispiel, so eine Art Schulungswoche für euch zu machen, in denen ich drei detaillierte Videos zum Thema breite, große Nägel mache, wie man die modelliert und so weiter und so fort. Es würde einen Theorie-Teil geben und zwei praktische Teile, in denen ich das wirklich detailliert an euch weitergeben möchte. Meine Frage jetzt an euch, würdet ihr sowas sehen wollen? Hättet ihr da Lust drauf in der kommenden Woche eben auf drei Videos? Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare schon mal eure Fragen, die ihr habt. Dann würde ich das nämlich gleich mit in die Videos mit einbauen und aufgreifen, um euch eben diese Fragen zu beantworten. Gerne könnt ihr mir natürlich auch noch unten in die Kommis schreiben. Ja, wenn ihr sowas nochmal haben möchtet, vielleicht mit eurem Wunschthema, wo ihr vielleicht Schwierigkeiten habt oder wo ihr eben einfach nochmal sehen möchtet, wie ich das zum Beispiel handhabe. Ja, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und vergesst das kostenlose Abo nicht, denn dann verpasst ihr auch kein weiteres Video von mir. So ihr Süßen, ich freue mich auf eure Kommis. Bis bald. Ciao.